hallo herzlichen leute herzlich willkommen wieder bei der nächsten episode folge von feld und vier und wir sind irgendwo irgendwann wie wir gehen jetzt diamond city die jungen city genau ich weiß nicht wie viel haben wir kehren das würde mich interessiert so diamond city schöne stadt statt des toten spaß ist der detektiv da ist valentine bescheuert der name valentine gut hast du je gefunden was marty gesucht hat nicht sollen wir wieder aufrechen aus dem bett gekrochen daher schätze ich das war ein netter jetzt nicht weißt ja wo du mich findest falls du es dir anders überlegst ellie ist wohl gut so dass ich nie bei doc crocker vorbei gegangen bin um das lifting machen zu lassen dass ich mir überlegt hatte gut haben wir haben endlich wieder geöffnet vielen dank für deine hilfe ellie die leute sprechen nicht gern darüber dass es uns gibt aber wenn sie probleme haben kommen sie alle angerannt schön wieder zurück in diamond city zu sein nick sollen wir wieder aufbrechen los auf reise tauschen gehen jetzt nicht weißt ja wo du mich finde also ja das überlegen kann mir schon endlich inzwischen denke ich da gar nicht mehr drüber nach gut also den nick ich habe gedacht er hat mir nicht mehr noch für mich aber schein so entferne der nach oben woher muss ich ach da unten oh wo gehen wir jetzt boah geil fangen so modern wir müssen dass wir müssen darin gehen so Werder? Werder? Tschu-tschu! Tschu-tschuu-tschuu-tschuu-tschuu! Oh, Steakstoo! Werder! Sehr gut! Ja, ich bin hier. Ich bin hier. Okay. Ah, ich bin hier. Ich bin hier. Der Eingang. Woher sollten wir hingehen? Wenn du hier bei dem Schloss brauchst. Äh, nur, ich bin Experte. So, tada. Cool. Äh, da sind noch über mir. Ihhh, was ist das für Scheiß? Was ist das für Scheiß? Oh, 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 oh. Was ist das? Yes, das ist das für mich. Oh, 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 oh. Das ist das, was wir abgedrückt. Entsicherung? Oh, oh, oh. oh wie nütlich also wieso mein charakter ja endlich von deinen füßen mein futzen oh man letztes schuss hat sie gesessen oh ne scheiß wow was ist das wie scheiß gut alter ich hab schon gedacht sie wollen mich umbringen person identifiziert ja gut das können wir jetzt schreiben drauf sehr wichtige sachen ja 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 Nein, danke. Es ist zu scheitern. Unit X688 spricht den höchsten Tönen von dir. Die Sicherheit in der Biowissenschaft wurde verbessert. Jetzt kann uns niemand mehr aussperren. Hallo, ich werde mit dir reden. Hi, wir werden Dr. Higgs und Dr. Loken scharf beobachten. Was muss ich jetzt machen? Warte mal. Ehm, you. Eminent Runner. Ah. Okay. Woh! Woh! Boah, meine Fresse. War schon heftig, aber so heftig, hab ich nie gedacht. Fuck. Noch einer kommt von unten, oder nicht? Kommt schon ihr dreckigen Schweine, kommt her! Der hat gesessen! Jo, ja, nein. Ja, ähm, nein, 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 nein. Der hat nichts interessantes. Also, das war gleiche? Das war schon gleiche. Gut, der hat es mehr interessanter als die anderen. Alleine einmal geben. Also, was ist noch etwas interessantes, ist ... Ich ... Nöööööööö. Weil du haltest du noch, suitcase? Korakeng, wo sollen Korakeng ... ok, gut. Der Rana. Das. Das. Und 9. Gut. Der Rana. Das. 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 Und 9. Ne. Mission erledigt. Erstelle. MP4. Bereit. Äh. MP4. Was? Juh. Yay. Äh. Gut. Ah. Knacken. Meine Spezialitäten. Geschafft. Yay. Ich bin durch. Ich lebe noch. Ich lebe. Ich bin raus. MP4. MP4. Was ist das? Schauen wir mal durch. Ich. Gut. Wir sind raus. Oh. Sensor meldet feindliche Präsenz. Die sind ein bisschen feind jetzt. Ah. Boah. Boah. Ah. Ich brenne. Du Arsch. Oh. 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 Oh Oh Joooo Alles klar, zweiter Schuss hast du nicht gesessen Wieso nicht? Sowas hasse ich am meisten Hä? Tschüssi Was? Erstellt? Erstellt ist mein Bericht Aha So Puh, war schon heftig, muss ich sagen Manche Stellen Aber Gott sei Dank sind sie nicht so schön wie ich Ich habe mich um den Runner gekümmert Missionsergebnis erfolgreich vorhergesagt Warnung Extrem hohe Wahrscheinlichkeit für die Entdeckung weiterer Runner Belohnung für Dienste erteilt Yay Begib dich zum Institut und nimm so schnell wie möglich Kontakt mit Z1 auf Bist du wirklich den Weg der Freiheit gegangen? Allein? Der ist Demona Begib dich zum Institut und nimm so schnell wie möglich Kontakt mit Z1 auf Deacons Quote ist die Beste Von ihnen kannst du viel lernen Hm Das habe ich nicht gesehen DUD Was brauchen wir jetzt hier? Kommen wir nicht da lang Ehe gut Yay Kleber Und wir sind schon Oh Herr Klammer Moini Nein Äh ok Das war nicht so schlimm Aber ja gut Muss man besser aufpassen was ich nehme Sonst sehe ich Wede gleich Aum Jaja mit der Z3 Vielleicht wollte ich sehen wo es Nicht gut Gummi Oh hier ist noch einer Hi kid Hey Schade Ich kann Ich habe gedacht den Gang kann ich mehr erforschen Aber Sind die zuhause Oh meine Ja Ja gut Na gut Kann man nichts machen Kann man nur springen So leider ich werde sagen Das war's mit dieser Folge diesmal Und wir sehen uns nächstes Mal Ciao